hallo ihr wundervollen und willkommen zu einem neuen auswahl orakel auf meinem kanal heute habe ich wieder für euch die vorschau auf die kommenden vier wochen im bereich liebe beziehung partnerschaft falls ihr es schaut wenn ich das reading gerade postet dann ist das die monatsvorschau auf den juni ansonsten wie immer alle orakel bei mir zeitlos ist das einfach die vorschau auf eure kommenden vier wochen da schaue ich heute mal für euch rein ich beginne wie gewohnt mit einem kurzen segens spruch für euch ich entzünde diese kerze für mehr liebe in deinem leben für mehr liebe in deinem herzen und für mehr selbst liebe würde dein leben erfüllt sein von bedingungsloser liebe freude und glöckle einmal eine kurze reinigung ich rufe mein team an meine seite liebes team star wolf bitte kommt dann meine seite bitte reinigt und befreit mich von einem negativen und von allem was nicht zu mir und nicht in dieses reading gehört bitte helfen eure botschaften klar und deutlich zu empfangen und ebenso klar und deutlich wieder zu geben hervorragend dann stelle ich euch einmal eure auswahlmöglichkeiten vor ich habe aus drei verschiedenen tarot decks die karten die liebenden rausgesucht für stapel nummer eins ist dass die karte der liebenden und dazu habe ich für euch das selenith herz für stapel nummer zwei ist dies eure karte die liebenden und dazu das gold hela herz und für stapel nummer drei ist dies eure karte die liebenden und dazu das blackout bloß zelistat blauer zelistit blaues zelistit herz ich habe die namen der tarot decks leider vergessen aber wie immer liste ich die decks alle unter dem video auf in der reihenfolge wie ich sie benutze das heißt die tarot decks 123 und danach dann die orake decks die ich gleich benutze ja ihr könnt euch jetzt entscheiden für stapel nummer eins und oder stapel nummer zwei und oder stapel nummer drei die zeitstempel für stapel zwei und drei sowie einige informationen zu mir wie ihr mich unterstützen könnt wenn ihr das denn möchtet die auflistung allerdings wie gesagt all das findet ihr in der infobox unter dem video ich beginne mit stapel nummer eins bis gleich in eurem stapel hallo meine wundervollen von stapel nummer eins ihr habt euch für das zelistit herz und diese karte die liebenden entschieden somit ist das euer reading die monatsvorschau für die liebe beziehung partnerschaft wenn ihr schaut wenn ich es rausbringe dann ist das für den juni diesen jahres ansonsten einfach für eure kommenden vier wochen im bereich der liebe da schauen wir jetzt mal hin ich habe karte bereits vorgezogen damit das hier alles ein bisschen schneller geht ich habe heute keine der karten gesehen also außer die rückseite von diesen es ist nichts umgeflippt beim mischen ich kenne keine der karten wir schauen da jetzt mal rein bitte bedenkt wie gewohnt dass es allgemeine readings sind ja nehmt daraus immer nur das mit was euch gut tut was euch hilft was euch heilt und lasst den rest für andere stehen dann schauen wir doch mal ein mit dieser karte habe ich schon das gefühl dass eine sehr sanfte liebliche weibliche energie im bereich der liebe auf euch zukommt ja ich habe das gefühl von zärtlichkeit transformation darf stattfinden wachstum erneuerung transformation veränderung vielleicht für einige von euch die in einer stumpfen beziehung sind feststecken habe ich gehört sind da findet jetzt transformation statt von naja stumpf nicht mehr schön nicht mehr liebevoll zurück in die liebe liebevolligkeit gibt es nicht mehr ins liebevolle ins zärtliche zärtlichkeit findet wieder statt romantik darf wieder stattfinden aber wir schauen mal weiter was noch für karten für euch hier kommt für euch oh wie wundervoll die nummer 23 mit geduldiges herz gehe vorwärts und wachse oh wundervoll wo ich gerade das mit dem wachstum gehört habe ja und ich habe mit dem geduldigen herz habe ich sofort gehört du hast so lange gewartet so lange gewartet entweder dass überhaupt liebe in deinem leben stattfindet dass die liebe in deiner beziehung zurückkehrt dass romantik zärtlichkeit gegenseitige unterstützung ein gegenseitiger halt wieder stattfindet oder erstmals stattfindet in deinem leben und die nummer 23 3 und 2 quersummen ist die 5 die zahl des großen wandels und endlich kommt jetzt etwas in bewegung endlich findet wandel statt für eine transformation statt findet veränderung statt ich höre die zeit des wartens ist vorbei und das wovon du schon so lange geträumt hast was du dir schon so lange ersehnt hast sie ist sehr bei sich hat die augen geschlossen träumt von der liebe die sie sich wünscht das findet jetzt statt die sonne darf wieder scheinen in deinem herz dein herz bekommt flügel deinem herzen flügel verleihen diese liebe die da rein kommt oder die wieder stattfindet die romantik die das liebevolle das jetzt wieder stattfindet lässt deinem herzen flügel wachsen dein herz wird wieder leicht leichtigkeit kehrt zurück freude kehrt zurück ja ich hab was vergessen hier steht auch hinten immer noch was drauf ich versuche das stotternd wie gewohnt zu übersetzen wenn du von dieser welt gehst kannst du nichts mit dir nehmen außer deiner seele und den erinnerungen die du mit denen teilst die du liebst ich höre nichts weiter dazu wir schauen die nächste guckt euch das an sehen partner mir kommt sofort spontan super doll die tränen ja eure herzen schlagen im gleich kann im gleichklang das ist das was jetzt zu dir kommt unglaublich ich bin sehr berührt oder in einer partnerschaft kehrt das zurück dass die erkenntnis dass ihr euch gegenseitig haltet im einklang sein eure herzen im gleichklang schlagen diese erinnerung kommt wieder zurück er hatte die erkenntnis dass ihr füreinander bestimmt sein dass ihr dass das die die große liebe ist und es ist die ganze zeit habe ich diese unglaublich sanfte liebevolle zärtliche energie die hier schwebt da ist unglaublich schön deine innere führung zeigt sich durch das was du tief in dir weist vertraue darauf die 14 wieder die quersamme 5 wandel transformation dir wird sich zeigen wonach du schon so lange gesucht hast das wird sich dir jetzt offenbaren dein seelenpartner partnerin wird sich dir offenbaren ich höre noch einmal deine geduld wird jetzt belohnt und endlich kommt das in dein leben was du dir so gewünscht hast der mensch auf den du so lange gewartet hast vertraue darauf dass die zeichen die du siehst das was du in dir hörst deine innere stimme deine intuition dass das alles wahr ist und richtig ist und dich genau auf den richtigen weg führt vertraue darauf ich höre lasse die zweifellos ich habe so ein bild eine situation von du denkst oder dir kommt den kopf geschossen oder du siehst irgendwas und denkst oh ja das ist der weg oh ja das ist meine person das ist mein herz mensch und dann sofort drei sekunden später kommen die zweifel nach was wenn ich mich wieder täusche was wenn das alles quatsch ist was wenn ich mir das alles einbilde dieses mal ist es war ist es richtig ist es das was du dir wünschst kein zweifel kein kein wieder zurück rodern ist nötig vertraue auf dein gefühl auf deine innere führung absolutes vertrauen ganz wichtig denn hier ja dieses mal ist es dein sehen geführt und oh mein gott wie passend liebe als wärst du nie verletzt worden ja denn das diese verletzung dieses ständige zurückgewiesen werden aus der vergangenheit dass sich täuschen was auch immer es bei dir ist diese verletzungen sind es die dich so zweifeln lassen die dich dann zurück rodern lassen die dich rausreißen aus dem vertrauen du vertraust kurz in so hundertprozentige absoluter klar ja das ist es und dann poppen all diese verletzungen aus der vergangenheit auf welche auch immer es bei dir speziell sind waren und sie reißen dich zurück aus dem vertrauen zurück in den zweifel dafür ist jetzt keine zeit dass das geht jetzt nicht ja liebe als wärst du nie verletzt worden und ich höre als nicht gerade aufbauende ermunterung von spirit was macht schon eine verletzung mehr oder weniger jetzt noch aus wenn das die andere möglichkeit ist ja die möglichkeit besteht dass du wieder verletzt wirst aber oh mein gott die möglichkeit besteht dass es diesmal die große liebe ist also schrecke nicht zurück ich höre dieses einmal noch brich auf und kämpfe einmal noch ich sehe ihn mit diesem blau weiß ist das überhaupt egal ja dieses einmal noch kämpfen einmal noch reiten will los einmal noch in die schlacht denn diesmal wird das ergebnis der sieg sein die freude die liebe das wunder auf das du schon so lange wartet oh mein gott und dann kommt hier noch happy poppet keine ahnung was poppet ist aber ich bin genug ja du bist genug du bist wunderbar du bist mehr als genug du bist perfekt perfekt für den menschen der hier zu dir kommt perfekt für die liebe die wieder stattfinden darf dass wenn ihr wieder zueinander findet wenn eure herzen wieder zueinander finden vergisst das nicht unglaublich schön dann habe ich noch ein paar tarot karten für euch gezogen falls bedarf besteht ich habe das deck auch hier liegen ziehe ich noch mehr aber wir schauen erst mal was hier gekommen ist für euch hier kommt und hier blitzt es gerade war ja wie ein ein blitz wieder dieses sprichwort kram wo ich mich nicht daran erinnere oder nicht richtig sprichwort aber ja wenn der blitz einschlägt ja kaboom elektrisches ja ihr seht euch und buch ihr berührt euch und buch ja knall elektrizität blitzschlag energie austausch und jetzt dann hat ja mächtige energien und dann kommt hier achte lieber gott ich sage achte lieber gott weil hier steht gar nichts drauf ich glaube ich würde sagen das ist die königin sie sieht sehr weiblich aus die königin und ich würde sagen vermutlich der kegel auch das ist nicht abgebildet aber das sieht ja aus wie ein kegel ja liebe mitgefühl wärme zärtlichkeit all das darf zu dir zurückkommen und wir haben die sechs der münzen ich dachte erst es ist vielleicht justizier gerechtigkeit die sechs der münzen ausgleich wo hatte ich das gehört ja ihr gehört zusammen ihr gleicht euch aus ihr achtet gegenseitig auf euch unterstützt euch ein gegenseitiger halt gegenseitige unterstützung ich höre treue balance frieden harmonie all das wonach du dich in einer beziehung sehnst findet jetzt hier statt und es ist ein großes geschenk eine neue wirklichkeit eröffnet sich dir ein das ist du gehst durch dieses tor bist in dieser grauen welt im moment und dann öffnet sich dir dieses tor das geschenk des universums spirit der euch zusammenführt und du gehst durch dieses tier und eine ganz neue lichtvolle wundervolle welt voller liebe zärtlichkeit eröffnet sich dir schöner als du es je zu träumen gewagt hast das ist keine frage das war mir die frage ob ich das richtig ausdrücke ja es ist schöner als du es dir jemals hättest er träumen können diese liebe diese partnerschaft dieser mensch und hier kommt der bobe also wieso sind da denn keine zeichen drauf von was das ist ich würde sagen der bobe der stäbe das da unten die zeichen ja ich würde sagen das sieht eher aus wie ein stab als ein schwert aber egal ich habe gesehen gehört der bobe der stäbe bricht voller freude auf voller neugier abenteuerlust feurig und leidenschaftlich ein bisschen jungenhaft jugendlich ja in diese wundervolle neue welt der liebe die dir so unbekannt ist oder die so lange her ist dass du sie erfahren hast sei mutig sei voller vorfreude und funken ich hoffe sei voller funken hier kommt die neuen der münzen und ich höre lustig mit sie hat glaube ich ein vogel auf der hand ich habe gehört du wirst die botschaft von einem single erhalten sehr random für einige von euch vielleicht und das ist ja wohl ein pferd das heißt das ist der ritter der kirche ja eine liebesbotschaft wie wundervoll du wirst eine liebesbotschaft von einem single erhalten sehr spannend sehr schön ich möchte ach ich habe auch vergessen das machen wir zum schluss ich ziehe euch noch ein paar karten aber wie wundervoll eine liebesbotschaft ja und von einem single natürlich nicht von irgendeinem single sondern von diesem single menschen wie kommt es dazu oder wer ist das der die immer geschlechterneutral entschuldigt wenn ich in er und sie verfalle ist doch auch noch ein platz so das war die königin das heißt das ist der könig der stäbe von einem könig der stäbe feurig leidenschaftlich kreativ erwachsen ja es ist nicht der der bobe der stäbe sondern der erwachsene gewachsene höre ich an seinen herausforderungen gewachsene mann oder frau einfach als symbol für dein gegenüber in seiner kraft in seiner macht in seiner königlichkeit oder ihrer anfangs hält sich anfangs vielleicht noch ein bisschen bedeckt er ist ja sehr eingewickelt in seinem mantel hält seine leidenschaft für dich die liebe für dich die leidenschaft für dich ein wenig bedeckt ja es ist nicht gleich voll vorwärts voll voran mit wie sagt man das gleich mit ich kann immer nicht nicht denken wenn ich im channel prozess bin ja also stürzt nicht gleich auf dich zu in voller leidenschaft und so voll drauf volle fahrt voraus sondern hält sich ein bisschen bedeckt ist ein bisschen vorsichtig im inneren brode die leidenschaft für dich aber nach außen ist man ganz ruhig ganz langsam ganz vorsichtig ein bisschen ich höre als beispiel von ein vorsichtiges fragen möchtest du vielleicht mit mir ausgehen und im inneren ist eigentlich schon ich zähre dich zu mir nach hause und punkt 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 ja aber das wird hier noch sehr bedeckt zu halten und mit dem blitzschlag ja das liebe auf den ersten blick sowas ja der ein blitzschlag der euch beide trifft und nicht nur dich sondern das gegenüber dem sehen partner partnerin genauso ja deshalb diese sofortige leidenschaft sofortige und das muss nicht nur sexuell sein sondern einfach dieses ich brenne für dich auf allen ebenen findet sofort statt und man hält das so ein bisschen zurück genau wie bei dir ja das das hören des diesmal ist es das richtige der die eine und dann sofort dieses oh naja was wenn ich genau das gleiche spiegelt sich bei dem mensch der dafür dich reinkommt und auch er sie bedeckt erst mal dieses ich bin 100 prozent dabei mit ein bisschen vorsicht sehr schön wie wundervoll wie wundervoll dann das habe ich nämlich am anfang vergessen das wollte ich eigentlich ist mit diesen wundervollen karten das sind dieses ist das healing heart oracle das ist so schön liebesbriefe an deine seele das wollte ich euch eigentlich vorlesen zu dieser karte aber ich glaube es ist perfekt dass ich das vergessen habe am anfang und wir das zum schluss lesen ich schaue mal die nummer 23 mit dem geduldigen herz gehe vorwärts gehe vorwärts und wachse das ist natürlich auf englisch das heißt es wird sehr stotterig von mir übersetzt werden ich versuche das so gut es geht so flüssig es geht ich kann mich das auch an und ich stehe auf einmal hinhalten falls ihr das selber lesen wollt hier geht es weiter und es gibt noch ein herz heilungs das lese ich nämlich nicht vor aber den brief an dein herz versuche ich vorzulesen und ich lasse einfach mal irgendwas weg also die worte die ich nicht höre da muss ich hier nicht so viel noch mehr rumstottern liebes herz ich danke dir dass du so unglaublich geduldig mit mir warst mit all meinem rumspielen und nicht vorwärts kommen es kann extrem schwierig für mich sein mein mir meine meinung über eine bestimmte situation oder person zu bilden manchmal habe ich das gefühl mit einem fuß in richtung meiner träume zu gehen und mit dem anderen fuß in der pause zu bleiben im stillstand zu sein in dem versuch mich selbst vor einem potenziellen desaster zu beschützen ich weiß dass ich nicht immer die besten entscheidungen getroffen habe und dass du liebes herz einige große emotionale schläge einstecken musstest und trotzdem wartest du immer noch geduldig auf mich dass ich mich selbst reflektiere und von meinen vergangenen fehlschlägen faux pas lerne du erinnerst mich konstant daran dass neue abenteuer auf mich warten die mir große buch freude bringen werden du nutzt deine gefühle um mich in die richtige richtung zu um mir die richtige richtung zu weisen in der ich große innere einsichten gewinnen kann aber selbst wenn ich die gelegenheit zum lernen habe zum lernen und wachsen habe weigere ich manchmal weigere ich mich manchmal diese anzugehen mit all meiner macht ja die gehe ich dagegen an resist ist widerstand genau widerstehe ich die manchmal mit all meiner kraft diesen gelegenheiten ich bin dir so dankbar mein liebes herz dass du mich noch nicht aufgegeben hast und immer noch einen platz bereit hältst damit ich göttliche liebe empfangen kann werde selbstliebe und menschliche liebe ich bin auf meinem weg ihr wunderfreund das ist die botschaft etwas stockig aber nicht ganz so stotterig wie befürchtet und es passt so gut all die verletzungen der vergangenheit die dich manchmal daran hindern vorwärts zu gehen noch mal mutig zu sein die dich vielleicht daran hindern zu reflektieren zu wachsen und zu lernen weil du nicht auf den schmerz schauen willst ja nicht auf die fehler der vergangenheit schauen möchtest um diesen schmerz nicht noch einmal zu fühlen aber dein herz ist geduldig mit dir und all diese geduld wird jetzt belohnt durch diese wundervolle liebe wenn du noch einmal vertraust noch einmal dein herz öffnest und mutig bist und dieses tor durchschreit ist deiner inneren führung folgst spirit vertraust deiner intuition vertraust und durch dieses tor schreit ist in diese wundervolle neue welt der wahren liebe spirit führt mich noch einmal zum schluss dieser karte vergiss nicht du bist genug du bist wundervoll du bist lebenswert du bist mehr als genug für diese person die für dich kommt bist du perfekt der oder die eine ihr wundervollen was für schöne aussichten für eure kommenden vier wochen habe ich überhaupt nicht mit berechtigt gerechnet wunderschön ich sende euch ganz ganz viel mut ganz viel liebe und freue mich wahnsinnig wahnsinnig für euch dass das jetzt stattfindet oder wieder in eure beziehung zurückkehrt seid gesegnet meine wundervollen bis ganz bald macht's gut hallo ihr wundervollen von stapel nummer zwei ihr habt euch für diese karte der liebenden entschieden und für das golden heeler herz damit ist das euer reading die vorschau auf die kommenden vier wochen in der liebe im bereich liebe beziehung partnerschaft für euch bitte bedenkt dass es allgemein readings sind nehmt immer nur das daraus mit was euch gut tut was euch hilft was euch heilt und lasst den rest für andere stehen wir schauen mal hin mit dieser karte schon die ihr euch ausgesucht habt höre ich einige dinge amos feil hat getroffen auch wenn ihr wie feuer und luft sei wie feuer und wasser seit wird aus diesem initial funken der jetzt neu in euer leben kommt oder wieder in eure beziehung einschlägt etwas großes geboren etwas heilendes geboren etwas neues geboren der funkel der dann wächst der euch gegenseitig heilt und euch gegenseitig aufsteigen lässt miteinander in große höhen aufsteigen lässt ich höre hochzeit oder eine hochzeit in der liebe spannend und falls ihr euch auch zu stapel 1 hingezogen gefühlt habt dann schaut den auch denn ich habe gerade die königin der kirche und der könig der stäbe mit dem was ich hier in den händen halten und das waren die zwei personen die in stapel nummer eins auftauchten sehr spannend ja also vielleicht aus dem was in stapel 1 passiert ist der geburt die da stattfand entwickelt sich jetzt dieses hier eine feste verbindung hier ist sowie ein energetisches band was euch beide in diesem unendlichkeitssymbol verbindet einhüllt das wachsen in eine feste verbindung in eine hochzeit in eine lebenslange partnerschaft aber wie wunderbar und dass ich hatte ja auch gehört wie feuer und wasser und dachte dann ist ja ein vogel wie so wasser aber feuer und wasser ist ja mit dem stab und dem kech also selbst wenn ihr vielleicht manchmal denkt ihr seid viel zu unterschiedlich ihr seid der wie feuer und wasser aber ihr balanciert euch gegenseitig aus ihr seid perfekt füreinander ganz harmonisch ganz wundervoll wir schauen mal weiter eure kommenden vier wochen ich habe karten vorgezogen habe ich auch gar nicht erwähnt habe sie alle nicht gesehen bei euch sind auch ja ich genau ich erinnere bei euch sind ein paar mehr karten gefallen wir schauen mal eure kommenden vier wochen im bereich liebe die nummer 20 gibt die liebe nicht auf liebes herz was begehrst du was wonach sehnst du dich ja eine sehr starke sehnsucht ich würde sagen das herz hier verschlossen er kalt in diesem blau und hier draußen in in deinem gegenüber der bisher nur als schatten da ist ja also ihr kennt euch vielleicht noch nicht du weißt noch nicht wer es ist aber sehnst dich so sehr nach dieser person nach diesem die energie die du schon fühlst von dieser person die schon vor deinem fenster steht schon nah ist gibt die hoffnung er oder sie ist schon in deinem energetischen feld vorhanden wenn auch bisher nur als schatten als schemen sehr spannend und dafür eine zweite karte für euch die nummer 21 mit flirtendes herz wie schön habe spaß daran deine weiß ich nicht deine natur zu umarmen ja feurige leidenschaftliche natur vielleicht eine sinnliche natur zum umarmen deine flirtige natur zu umarmen denn flirten ist freude ist spaß ist leidenschaft ist feuer das feuer in dir wird wieder erweckt durch diese neue person oder kehrt zurück in deine verbindung je nachdem ob ihr single oder in einer beziehung seit wandelt euch das immer alles so ein bisschen so um ja ja das kehrt zurück aus dieser traurigkeit dem traurigen allein sein in sehnsucht im mangel sein ein bisschen ein mangel an liebe geht es dahin die energie ins flirten in und feurige ganz wundervoll ja und dann findet ihr heilung findet statt dein engel deine engel eure engel euer beider engel heilen euren energiekörper klären euch von altem von alten verletzungen von allem alten damit die liebe von der ihr träumt also dass der traum wieder klar wird die wünsche und sehnsüchte wieder klar werden unbelastet von alten verletzungen ja reinigung heilung und schutz findet statt wundervoll und dann steht hier heilung wie wundervoll stelle dir dich selbst und deine geliebten umgeben von licht vor fühle wie deine beziehung in diesem moment geheilt wird ja heilung findet statt wie wundervoll ja eure engel heilen euch beide einzeln und damit und auch eure verbindung miteinander die bestehende verbindung wenn ihr in einer partnerschaft seit oder die die verbindung die jetzt in euer leben treten möchte dafür müsst ihr auch beide vorher heil sein wieder ganz sein geklärt sein von dem alten von alten verletzungen damit diese neue liebe unbelastet stattfinden kann flirte ja frisch frei unbelastet jugendlich und dann kommt ihr vielleicht 15 prinzipien überlege dir an was du festhalten willst ja willst du an an dem alten schmerz festhalten an den alten verletzungen oder willst du es wagen noch mal neu ja noch mal neu durchzustarten es neu zu probieren dich noch mal von deiner sehnsucht leiten zu lassen deiner sehnsucht zu folgen und dieses abenteuer anzunehmen was hier auf dich zukommt dann guckt euch das dann erwarte wunder es wird nicht sein wie bisher es wird nicht so sein wie das was du kennst was du immer und immer wieder erfahren hast nein es wird wundervoll sein unglaublich schön unglaublich schön dann haben wir dieses also stapel 1 war auch schon so schön und euer stapel ist jetzt auch so schön ich bin begeister konnte das an magisches ei oder magische eier das passend etwas zu beginnen etwas anzufangen ist aufregend ja flirt das anfängliche verliebt sein das flirten das das ist aufregend diese neugeburt von etwas ist aufregend und noch einmal dieses ei ja etwas neues wird geboren in deinem leben in dir neue leidenschaft entfaltet sich in dir wird ganz neu geboren unglaublich schön wunder magie neu anfang leidenschaft unglaubliche heilung findet statt unglaublich schön dann habe ich noch einige tarot karten ich wollte eigentlich 16 bei euch vielen 9 ich habe das deck auch noch hier neben mir liegen falls wir noch mehr informationen brauchen aber wir schauen erst mal was hier für euch durch kam auch wundervoll die 9 der stäbe verkehrt herum ja dieses das verletzt werden das ewige immer und immer und immer wieder verletzt werden endet jetzt langsamer aufbruch zu neuem geerdet stabil geplant nicht ohne sinn und verstand aber trotzdem aufbruch ja in dir rund ja heilung heilung hat stattgefunden und du bist bereit in dieser stabilen energie in dem geerdeten in dem in dir ruhen in dieser energie loszugehen der alte herz schmerz endet endlich aufbruch zu neuem noch einmal ist das echt die verletzung enden aufbruch zu neuem die verletzung enden aufbruch zu neuem als bräuchtest du mehrfach die bestätigung die hohe priesterin vertraue auf deine intuition die jetzt wieder ganz klar in dir sind ja nachdem diese klärung durch deine engel stattgefunden hat du so gereinigt bist von all dem alten mist sage ich einfach mal dass du wieder ganz klar deine gefühle wahrnimmst deine sehnsüchte wahrnimmst das was du dir so sehr wünscht wahrnimmst ich muss hier ich sehe hier pfeil und bogen noch mal dieses amos pfeil ja der dich treffen wird unglaublich schön vertraue darauf dass dieser instant love dies diese plötzliche überraschende liebe dieser funken echt ist unglaublich kommen die drei der schwerter die ich gar nicht ich habe nicht gelesen drei der schwert und habe wieder gesehen diesen bogen mit dem pfeil ja noch einmal habe ich gesehen amos pfeil trifft und diese drei schwerter sind auch nicht durch ein herz gebohrt das alte darf gehen der alte schmerz darf gehen hier die blütenblätter fallen runter und etwas neues darf erwachsen wir schauen weiter sieben der schwerter der schluss mit der selbsttäuschung auch höre auf deine intuition verrenne dich nicht in so einer selbsttäuschung ich gucke noch mal weiter und auch dieses der alte herzschmerz die alten verletzungen altes betrogen werden sich betrogen fühlen sich vom leben betrogen fühlen endet jetzt auch das hört jetzt auf ja auch das hier ist das ast der schwerter was die sehen auch schon sehr aus der schwer damit sich aus das wird alles abgetrennt das wird alles aus dir raus gereinigt all dieser alte schmerz die verletzungen der betrug dass die hilflosigkeit höre ich die sich machtlos schön alt das wird jetzt von dir abgetrennt klarheit du kommst in absolute klarheit klares inneres wissen klarheit im sinne von klar sein rein sein nach der heilung durch deine engel wieder klar erkennen was sind deine sehnsüchte was sind deine hoffnung was sind deine wünsche was sind nur alte verletzungen alte muster die aus alten verletzungen entstanden sind all das wird jetzt abgetrennt von dir kommt hier ein herrscher in dein leben und oder du kommst in deine herrscher energie zurück ja stabil gelassen abenteuer lustig mit diesen beiden widdern ja mutig kraftvoll bereit vorwärts zu gehen bereit ist noch einmal zu versuchen bereit deinen wünschen und träumen deinen sehnsüchten zu folgen ganz wunderbar und oder es kommt diese stabile person für dich rein ich schaue noch ein paar weitere taten an hier kommt der teufel und sofort habe ich gehört höre nicht auf diese auf das teufelchen auf deiner schulter ja auf dieses das kann ja doch nicht passieren mir passiert nie irgendwas gottes ich werde niemals heilen ja nicht nicht auf diese ganzen negativ gedanken hören die die einflüstern du bist nicht gut genug deine sehnsüchte werden niemals wahr werden für dich wird es niemals eine neue liebe geben für dich werden niemals wunder kommen keine magie für dich nein all das ist nur diese negative stimme in deinem kopf in unser aller köpfe ist diese stimme oft lauter als die stimme die uns sagt du bist wundervoll du bist perfekt so wie du bist das leben hat für dich fülle und liebe und freude vorgesehen wunder und magie höre auf diese leise stimme die darf jetzt nämlich wieder ganz klar an die oberfläche kommen und diese negative stimme überdecken kommen die fünf der schwerter und ich sehe nur venus liebe bekämpfe nicht mehr die sehnsüchte deines herzens höre ich wäre dich nicht mehr dagegen gegen das was dann herzlich so sehr sehnt vielleicht hast du starke sehnsucht nach liebe ja sonst würdest du das hier wahrscheinlich auch nicht gucken und unterdrückst das so ein bisschen weil du immer denkst ach das passiert mir ja sowieso nicht also unterdrücke ich lieber diese sehnsucht weil es mir sonst schmerz verursacht dass ich immer und immer und immer wieder daran erinnert werde beziehungsweise mich selbst daran erinnere dass ja ich sehe nämlich so sehr danach aber für mich passiert das ja doch nicht das darf jetzt aufhören höre auf deine sehnsucht zu verleugnen dagegen anzukämpfen diese sehnsucht zu haben unglaublich und sofort höre ich hier raus aus aus diesem aus diesen fünf kirchen wo er oft ist die person schaut auf die drei ausgegossenen kirche und sieht die zwei vollen kirche hinter sich gar nicht ja schluss damit auf die verschütteten kirche zu schauen schau wieder auf die vollen kirche auf das was möglich ist und als erstes habe ich gesehen hier ist das maßzeichen ja maß und venus und egal ob ihr männlich oder weiblich seid männlich oder weiblich sucht ich sehe das jetzt hier einfach als die beiden die zusammengehören auch wenn ihr zwei männer oder zwei frauen seid ja das darf wieder zueinander finden ok und ganz vielleicht für einige von euch ist die person ein skorpion die da rein kommt falls eine neue person rein kommt dann guckt euch das an hier kommt auch noch mal die herrscherin die herrscherin zu dem herrscher das göttliche paar und vorher habe ich aber eher gehört raus aus diesen ja aus diesen negativ gedanken aus dem immer auf das schlechte schauen gegen deine sehnsüchte ankämpfen immer auf das schauen was nicht funktioniert kein glauben keine hoffnung kein der sehnsucht folgen raus da und zurück in deine sehnsüchte ankämpfe herrscherin energie in das ich bin wundervoll mir passiert gut ist hier da darf wachstum stattfinden vermehrung nochmal das venus symbol aufstieg verbindung erblühen deine liebe darf erblühen deine sehnsüchte dürfen erblühen in in der realität ja in der realität erwachsen oh man ja und dir guckt euch das an wie der phoenix auf der asche darfst du aussteigen aus dem alten drama und eine ganz neue welt für dich erfahren die wunder zulassen in empfang nehmen das wunder des jahr deine sehnsüchte werden tatsächlich erfüllt werden wahr werden wenn du es zulässt und oh mein gott oh mein gott dann kommt hier lust die stärke eine der seelenpartner karten und guckt euch das an wie er grimmig ist ja höre auf gegen die liebe anzukämpfen höre auf dagegen anzukämpfen gibt dich deinen sehnsüchten hin öffne dein herz dein kelch wieder für die liebe denn das darf stattfinden und natürlich auch lust sexualität flirt leidenschaft all das darf passieren und dann genau das hatte ich nämlich eben schon noch gesehen alles unten drunter der marcus also magie noch einmal wunder magie und der nahe mit einem neuanfang und oh mein gott habe ich auch ich dachte das ist die welt und aber hier kommt die welt ja eine neue welt für dich unglaublich schön ihr wundervoll dann war es das mit den karten und ich möchte euch zu diesen das ist aus diesem healing heart oracle da sind liebesbriefe an deine seele beziehungsweise an dein herz drin ab gedruckt das würde ich euch gern zum schluss vorlesen nicht für die beiden karten weil das auf englisch ist und ich ja immer das so stattrig ist wenn ich das übersetze ich habe eben noch mal reingehorcht dieser brief ist wichtig für dich den würde ich dir vorlesen so gut ich es vermag schon überlegt ob ich das mal alles übersetze vorher aber auch das ist so viel und ich hab da hatte ich keine lust so deshalb wie gewohnt versuche ich das stattdessen und ich halte euch einmal in die kamera falls ihr das lieber für euch selbst übersetzen wollt und dann gibt es noch ein herz heilungs ritual oder so ähnlich das wäre die so ich hoffe ihr konntet das sehen und ich versuche das stottern zu übersetzen gibt nicht auf geliebtes herz gibt gibt die liebe nicht auf herz was wonach sehnst du dich liebes herz ich weiß du hast erheblichen schmerz und herzbruch erfahren du bist in den überlebensmodus gegangen betäubt betäubst und schiebst alle schmerzhaften gefühle beiseite während du gleichzeitig freude unterdrückst intuition und liebe du hast eine immense angst davor entwickelt dich selbst der liebe wieder zu öffnen du hast eine immense angst davor entwickelt dich für eine liebende leidenschaftliche gebende verbindende ermächtigende und heilende beziehung zu öffnen die zeit ist jetzt für dich gekommen um wieder mehr innere stärke und mut zu bekommen und einen schritt vorwärts zu gehen in richtung liebe wisse dass egal wie sehr du versuchst dich selbst davon zu überzeugen dass liebe für dich unerreichbar ist dass das nicht wahr ist tatsächlich es gibt es da eine magnificent unglaubliche seele die sich danach sehnt sich mit dir zu verbinden und ihr live ihr leben mit dir die ihre lebensreise mit dir zu teilen wie auch immer sie können nur mit sich sie kann sich nur mit dir verbinden wenn du deine einschränkenden glaubenssätze loslässt ja hier diese teufelsgedanken na für mich kann das niemals passieren und so wundervoll wundervoll wie das passt ich lese weiter wenn du schon in einer beziehung bist ist das der stubser für dich um daran zu arbeiten die vergangenheit loszulassen und dein herz wieder zu öffnen für eine erneuerte tiefe der liebe wenn das mit deinem derzeitigen partner nicht möglich ist dann wisse dass es da jemand anderen für dich gibt dem du diese art der näherenden liebe nach der du suchst anbieten kannst aber du musst raum dafür schaffen für die person oder für die liebe hier steht nur raum für sie also für vorwem schaffen schaffe den raum dafür unglaublich schön unglaublich was für eine bestätigung von all dem was ich hier gehört habe was ich gesagt habe unglaublich ja ganz unglaublich hätte ich nur den brief vorlesen müssen hat alles gesagt was du hier wissen solltest und ich möchte noch einmal dass diese karte sichtbar wird heilung findet jetzt statt ihr wundervollen unglaublich schön unglaublich schön das ist die vorschau auf eure kommenden vier wochen im bereich liebe beziehung partnerschaft ich hoffe das hat euch geholfen ich hoffe das hat euch gefallen ich sende euch ganz ganz viel mut ganz viel liebe schön dass ihr dabei wart seid gesegnet ihr wundervollen bis ganz bald macht's gut hallo ihr wundervollen von stapel nummer drei ihr habt euch für diese karte der lebenden entschieden und für das blaue celestit herz damit ist das euer reading für die liebe beziehung partnerschaft in den kommenden vier wochen den juni wenn ihr es jetzt schaut ansonsten einfach eure kommenden vier wochen bitte bedenkt wie gewohnt dass es allgemeine readings sind nehmt immer nur das daraus mit was euch gut tut was euch hilft was euch heilt und lasst den rest für andere stehen ich habe bereits karten vorgezogen damit das alles nicht so lange dauert hier habe aber noch keine der karten gesehen und bin gleich genauso überrascht wie ihr also dann wir legen mal los wir schauen auf die kommenden vier wochen in der liebe und ich höre mit dieser karte wie ich bin auch immer gender neutral verzeiht mir wenn ich in er und sie verfalle wandelt das für euch um immer alles so wie es passt ja ob ihr single seid oder in einer beziehung ob ihr mann oder frau seid und man oder frau sucht ich habe jetzt hier gehört die person die reinkommt sagt sie mir in die augen siehst du nicht wie sehr ich dich liebe wieso erkennst du nicht wie schön du bist wie wundervoll du bist dass du mein licht in der dunkelheit bist dass du der die eine für mich bist siehst du nicht wie sehr mein herz nach dir verlangt du bist mein märchen du bist mein licht du bist das schönste was mir je im leben passiert ist sehr schön dann schauen wir doch mal weiter was hier für euch kommen wollte hier kommt die nummer 9 tiefes herz glaube in göttliches schicksal wie wundervoll denn ihr beide das mit euch das ist schicksal keine frage ihr spiegelt eure gegenseitige sehnsucht eure gegenseitige herzenswünsche dass ich versuche mich daran zu erinnern was hat er nicht eben irgendwas gesagt von herz tut bis mein herz habe ich wieder vergessen also da was auch immer er eben gesagt hat mit dem herzen also ich das komplette reading alle stapel bisher sind so seelenpartner also perfekte partner ich für mich sind seelenpartner ja immer die also das was für einige von euch die dualseelen sind oder die die zwillingsflammen ich glaube die zwillingsflammen sind es für die meisten von euch das ist für mich immer der soulmate der die eine die perfekt zu uns passen die kommen wenn wir all die karmischen krams all die karmischen beziehungen erledigt haben das was dann schön ist sage ich jetzt mal ganz dumpf ja und das hatte ich in allen drei stapeln heute das gefühl die scheinen alle im juni jetzt zu uns zu kommen was auch immer passiert ist hier vielleicht nach den sonnenstürmen die alles weggebrannt haben was nicht mehr zu uns gehört dass das kommt jetzt ja das fühlte sich schon so an dass mit dem spiegeln hier perfekt füreinander diese karte fühlt sich auch wieder so seelenpartner mäßig anja in liebe verbunden das perfekte göttliche paar gemeinsam heil sein höre ich wunderbar ja dann kommt ihr passend zu der reflektion hier achte darauf was du projiziert die qualitäten die du in anderen bewunderst sind qualitäten die ihr beide besitzt ebenso verhält es sich mit den qualitäten die du an anderen nicht magst denn diese sind ebenso eine reflektion deiner selbst ihr spiegelt euch ihr spiegelt euch was ihr aneinander bewundert und was ihr nicht an den anderen mögt aber mehr als alles das spiegelt ihr eure eure liebe eure sehnsucht eure herzenswünsche eure eure liebe ja das fühlt sich hier auch wieder sehr 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 tantrisch sehr innig verbunden sehr miteinander energetisch und auf seelen ebene verbunden an ich höre das was du suchst sucht dich genauso das was du dir ersehnst in einer verbindung ersehnt sich die andere person genauso und das ist das was jetzt kommt dann kommt hier 44 nochmal eine spiegelzahl 4 und 4 ich höre vier der stäbe auch wenn es hier fünf kerzen sind verbindung grund zum feiern hier kommt versorgung materielle bedürfnisse bestimmen den lebensweg naja das fühlt sich jetzt nicht so wichtig an aber dieses versorgung dass das universum versorgt dich versorgt euch mit liebe ihr versorgt euch gegenseitig mit liebe mit zärtlichkeit mit emotionalem halt mit dem vertrauen dass der die andere euch genauso liebt wie ihr seid mit all euren fehlern mit all dem was ihr nicht an euch mögt und noch eine die 33 noch eine spiegelzahl also die 4 ist für mich auch immer die fülle zahl fülle und stabilität die 33 die christus zahlt die meine zahl für wunder für die christus energie für die bedingungslose liebe energie und hier kommt ihr gehört zusammen auch wenn es noch nicht sichtbar ist ja vielleicht kennt ihr euch noch nicht aber begegnet euch jetzt und wenn du jemandem begegnest bei dem du das gefühl hast der spiegelt dir weil das in diesen beiden vorkommen spiegelt dir keine ahnung sachen die du an dir selbst nicht magst also oder du magst die person am anfang denkst du was sind das denn für Macken schau genau hin ja sei ganz ehrlich mit dir selbst wenn das Macken sind also Macken in anfangszeichen die du auch selbst hast dann ist das schon mal ein hinweis darauf dass das vielleicht deine person ist so als hinweis für einige von euch damit ihr euch denn erkennt wenn ihr euch noch nicht getroffen habt bis jetzt sieh mir in die augen siehst du nicht dass du genauso bist wie ich dass ich genauso bin wie du dass ich dich genauso sehr liebe wie du mich sieh hin und dann kommt hier die karte Nummer 14 flying room fliegender besen mit ich kann meine fehler loslassen ja und damit auch die die fehler in deinem gegenüber ja du kannst das loslassen was du an dir selbst nicht magst und dementsprechend auch an deinem gegenüber nicht magst und plötzlich findest du nicht nur dich sondern auch dein gegenüber wundervoll oder umgekehrt nicht nur dein gegenüber sondern auch dich selbst ganz wundervoll ist das schön sehr spannend ich habe einige Tarotkarten gezogen ich habe das Deck auch noch hier liegen falls wir noch mehr Informationen brauchen ich schaue erst mal auf die die ich schon vorgezogen hatte oh königin der schwerter ja klarheit diese dame ist intelligent selbstbewusst klar denkend sehr entscheidungsfreudig sehr klar in ihren entscheidungen die königin der stäbe dann kommt die sexuelle leidenschaftliche abenteuerlustige abenteuerlustige spirituelle person und offenbar du fährt einst all diese gaben all diese eigenschaften in dir und dann gegenüber da ihr euch spiegelt genauso egal ob man oder frau und was ist denn hier los da kommt auch noch die königin der kirche ja du bist alles du bist alles was er sie sich wünscht und er sie ist alles was du dir wünschst ihr vereint alle alle wundervollen eigenschaften die es gibt in euch die königin der kirche die mitführend ist warmherzig voller liebe voller gefühle bereit über ihre gefühle zu sprechen ihre gefühle zu zeigen ihre gefühle anzunehmen unglaublich schön so haben wir noch die königin der münzen nein aber hier kommt dein passendes gegenüber der könig der kirche der vielleicht manchmal nicht so gern offen die gefühle zeigt die er aber so tief fühlt und auch wahrnimmt er kennt seine gefühle er weiß um seine gefühle spricht vielleicht nicht so gern darüber aber noch einmal hier das perfekte paar und wunderbar dass die gerade die königin der münzen fehlt vielleicht gibt es bei dir oder deinem gegenüber oder bei euch beiden im moment irgendwie so ein bisschen finanzielle problem finanzielle sorgen vielleicht noch nicht so ganz stabil in fülle und reichtum verankert ihr beide oder einer von euch wahrscheinlich ihr beide da ihr euch so spiegelt das war hier schon lass materielle bedürfnisse nicht deinen weg bestimmen wenn es um die liebe geht ja wenn da jemand reinkommt weise ihn sie nicht zurück weil die materielle sicherheit die du dir vielleicht wünscht da nicht vorhanden ist denn ihr gehört zusammen ja lass materielle bedürfnisse nicht deinen liebes weg bestimmen denn ihr gehört zusammen und ihr vereint all die wundervollen eigenschaften die ihr gegenseitig in einem partner sucht und wenn ihr es gemeinsam ihr könnt ihr immer noch euch um das materielle kümmern und gemeinsam geld anhäufen ok und dann kommt hier der hierofant kam zuerst ja diese verbindung eure verbindung eine spirituelle verbindung eine langfristige verbindung eine traditionelle verbindung die ihr da eingeht eingehen dürft und ihr dürft alten schmerz alte fehler alte verletzungen all das dürft ihr jetzt hinter euch lassen lasst all diesen alten kram nicht eure zukunft bestimmen ja hier darf ausgebrannt werden ein neuanfang ein neues portal darf sich euch öffnen öffnen ich habe nochmal sie beide angeguckt sie schaut in ihre vergangenheit diese verletzungen und ich habe nochmal das ist nochmal der hinweis darauf diese verletzungen dieses immer wieder kämpfen müssen immer wieder aufstehen immer wieder aufstehen immer wieder aufstehen ja immer okay ich wurde niedergeknüppelt und ich stehe auf und kämpfe weiter und dann nochmal und ich stehe wieder auf und kämpfe weiter das liegt jetzt in der vergangenheit damit ist jetzt schluss liebe darf zu dir fließen du darfst dein herz wieder öffnen für die schwingung für die energie der liebe die zu dir fließt die angeflogen kommt auf einem magischen fliegenden wesen denn du bist in dir total stabil wenn auch vielleicht nicht finanziell bist du aber emotional und seelisch und geistig und in allen anderen bereichen hinsichten bist du total stabil diesen turm kann nichts umschmeißen diese verbindung zwischen euch hier ist es draufgefallen auf euch beide kann nichts und niemand zerstören auseinander bringen ihr gehört zusammen diese verbindung ist total stabil eine beziehung die über viele leben hinaus geht ihr habt euch schon im vergangenen leben gekannt nach dem turm ja eure verbindung kann niemand trennen über den tod hinaus ich war etwas abgelenkt weil ich mit der eigentlichen bedeutung dieser karte gehadert habe und dachte nein ich sage jetzt einfach was ich was ich sehe und dann habe ich darüber hinaus vergessen hinzuhören und gehört ist diese verbindung kann nichts und niemand trennen nicht einmal der tod kann euch scheiden ja über den tod hinaus also nicht bis bis hier der hierofant nicht bis bis der tod euch scheidet bis dass der tod euch scheidet sondern sogar darüber hinaus so eine starke verbindung ist das in der du bist oder die jetzt hier für dich rein kommt bobe der stäbe abenteuer lustig leidenschaftlich ein bisschen ja und ich höre lass dir vielleicht von wenn du anfangs denkst die person ist nur auf ein flirt aus nur auf ein one night stand aus lass dich davon nicht täuschen lausche tiefer und nimm auch die die schwingung der der liebe war ja nicht nur das körperliche aber vielmehr lass dich davon vielleicht nicht abschrecken sondern schaue noch mal tiefer hin oh ja genau hier dann täuschung das oberflächliche ist eine täuschung ok und das wollte er irgendwie hier noch drauf heilen ich habe ich mische die noch mal ich habe das gefühl die sind richtig die sind nicht in der richtigen reihenfolge ja sehr schön vierterschwerter und ja schon ausruhen in dir ruhen das passiert jetzt damit du stabil bist wie dieser turm emotional klarheit ganz klar erkennst was willst du wo willst du hin was sind deine sehnsüchte wer bist du wirklich mit wem möchtest du die liebe leben absolut in balance in harmonie in dir selbst ja ich habe hier noch mal ich habe ich hier mehr die herrscherin energie als bei dieser karte sie ist so ein bisschen lassiv und ja also ich finde immer in diesem deck ist die herrscherin karte das ist keine schöne herrscherin energie wie es so betäubt also dieses übermäßige wie die römer da ja immer saufen und auf ihren liegen und so viel essen bis man sich gar nicht mehr bewegen kann mir fällt nicht das wort dafür ein wie das heißt aber es ist so ein über über genuss ja das ist nicht schöner genuss sondern das ist so ein ja total drüber völlig ich finde das wort nicht dafür aber ich hoffe ihr schaut euch diese karte an und ihr führt was ich damit sagen will ja dieses übermäßiger konsum von allem was eigentlich genuss sein sollte aber wenn es zu viel konsumiert wird geht es in so macht krank macht dumpf macht dieses hier ja und sie ist viel mehr in der herrscherin energie ja aufrecht gelassen stabil erotisch höre ich in einklang mit mit ihrem körper mit mit ihrer sexualität da ist alles ganz ausgeglichen magisch wundervoll ja und das passiert jetzt ja hier zurück zu dir ausruhen in die ruhepause gehen und ganz klar mit dem ast der schwerte diese energie des übergenusses abtrennen und zurückkommen in diese energie okay dann kommt hier die fünfte stebe jahren vielleicht ist das ein bisschen ein kampf für dich anstrengend zurück in diese energie zu kommen aus diesem übersatten aus dieser übersatten energie die dir gar nicht gut tut die dich total lethargisch macht ja das ist ja ein unterschied zwischen pause machen dich ausruhen und total apathisch lethargisch im stillstand zu sein ja und dann kommt hier nämlich schon wundervoll der teufel lass dich doch nicht verführen von dieser täuschung der dass das gut für dich ist dass sich das gut anfühlt das fühlt sich nicht wirklich gut an das so zu sein fühlt sich gut an ich verstehe jetzt nicht so richtig was das hier mit der liebe und mit diesem zu tun hat aber das scheint für irgendwen von euch wichtig gewesen zu sein wenn das hier so durchkommt hier kommt der bobe der schwerte ich höre aufbruch neugierig sein jugendlich nochmal neu anfangen raus aus dem genau und zurück in dieses sechs der stäbe dich wieder siegreich fühlen erfüllt fühlen so fühlen diese energie darf zurück ich höre nochmal von wegen siegreich sein dich befreien aus diesen aus dieser teuflischen verführung die hatte ich verführen lassen von von dem genuss dem dem übermäßigen genuss von dingen die dir nicht gut tun was ich in so einer bisschen negativen energie hält ich habe vergessen wie ich den satz angefangen habe aber das da raus zu kommen und da dann erfolgreich zu sein siegreich zu sein und zurück in diese energie zu kommen das ist jetzt ganz wichtig das schaffst du jetzt und das ist so ein bisschen das hänge nicht in den fehlern ja also lass die fehler deiner vergangenheit los du kannst das jetzt alles loslassen vielleicht sind es so naja sachen aus deiner vergangenheit wo du dich schämst oder deine die fehler deiner vergangenheit die dich in so einer depression in so einer apathie halten eben in diesem in deutsch keine ahnung genusssüchtigen verhalten das dich in deiner energie so runter zieht statt dich anzuheben in diese energie ja lass das los lass die vergangenheit ist die vergangenheit konzentriere dich auf die zukunft auf diese energie dass du zurückkommst in diese energie egal ob du man oder frau sie sind jetzt nur frauen abgebildet damit du hier in diese stabilität zurückkehren kannst ja damit ihr dann euch findet gemeinsam diese energie leben könnt ja dafür ist es ein bisschen notwendig dich aus diesem wenn du dich in dieser energie noch befindest zu befreien und du wirst das schaffen du wirst da erfolgreich sein mit dieser befreiung wenn du das angehst wenn du versuchst die hier das teufelchen auf seiner schulter verstummen zu lassen und deine vergangenheit all das hinter dir zu lassen sehr schön ich habe nämlich eine noch und dann lese ich euch noch den brief zu dieser karte vor du musst dich entscheiden es liegt ganz bei dir du hast die wahl wofür entscheidest du dich für dieses oder für dieses triff die klare entscheidung und dann kann das alles für dich passieren sehr schön dann möchte ich euch zum schluss für dieses kartendeck gibt es da sind so briefe drin liebesbriefe an deine seele den möchte ich euch gern vorlesen beziehungsweise stottern so gut ich kann übersetzen da das auch für englisch ist leider nummer 9 ich halte euch das auch einmal hoch falls ihr das lieber für euch selbst lesen wollt und meinen gestotter nicht zu wenn wollt und seite zwei das ist der zweite teil und dann gibt es ein herz heilungs ritual das lese ich auch nicht vor ich versuche euch das zu übersetzen so gut und flüssig ich kann tiefes herz glaube in göttliches schicksal liebes herz manchmal viel fühlst du dich so alleine dass du nicht daran glaubst menschen zu finden die dich wahrhaft sehen hören und verstehen können das kann dich dazu verleiten das kann ich zur verachtung verleiten und dazu shut down ist so richtig abzustellen oder eine maske aufzusetzen damit du das gefühl hast dazu zu gehören du bist sensitiv und intuitiv und trotzdem neben manche menschen dich als hart wahr da ist so viel was du mit anderen teilen möchtest aber du weißt einfach nicht wohin du dich wenden kannst oder wem du dein herz ausschütten kannst ich möchte dir versichern dass wenn du es willst zu vertrauen und die und dich jemandem verletzlich zu zeigen dass du dann diejenigen finden wirst die dich wahrhaft wertschätzen für alles was du bist die zeit ist gekommen eine wahl zu treffen dich oder die wahl zu treffen die die ja die wahl zu treffen dich vollkommen selber kennen zu lernen also vollkommen zu wissen wer du selber bist und in dein göttliches schicksal zu glauben an dein göttliches schicksal zu glauben deine göttliche bestimmung ist das hier glaube ich du kannst über die vergangenheit lamentieren so viel du willst du kannst über die vergangenheit lamentieren so viel du willst und stecken bleiben in weiß ich nicht oder du kannst es wagen zu träumen und deinem dem beruf deiner seele zu folgen und vorwärts zu gehen mit konfidenz selbstbewusstsein selbstvertrauen wieder vorwärts zu gehen ich bin bereit dich für alles zu umarmen dass du bist unglaublich schön und unglaublich passend zu all dem was passiert ist das hat das ja noch mal schön zusammengefasst der brief an dein herz ihr wundervollen ja lasst hört auf zu hadern und in den fehlern der vergangenheit zu schwägen entscheidet euch dafür jetzt vorwärts zu gehen nach vorne zu schauen eure wünsche und träume wieder aufleben zu lassen darauf daran zu glauben dass diese wahr werden können für euch denn alles was du suchst sucht dich genauso ja und ihr perfekten zusammengehörigen partner werdet euch finden und diese verbindung leben können ja lass die alten verletzungen hinter dir entscheide dich dafür die vergangenheit hinter dir zu lassen denn ihr gehört zusammen auch wenn es noch nicht sichtbar ist diese so eine verbindung ist für dich vorgesehen ganz wunderschön ihr wundervollen ich hoffe es hat euch gefallen geholfen vor allen dingen schön dass ihr dabei wart ich sende euch ganz viel mut ganz viel kraft euch zu entscheiden und die der zukunft entgegen zu sehen statt in der vergangenheit zu schwelgen das erfordert mut und kraft die habt ihr ihr könnt das schaffen das bild eure engel sind an eurer seite und begleiten euch auf diesem weg und ich sende euch ganz ganz viel liebe und mut und licht seit gesegnet ihr wundervollen bis ganz bald macht's gut und